Hallo Schatz! Hallo Schatzi! Was machst du da? Ich mache Kokosnuss, etwas mit Kokosnuss. Kokosmakron? Ja, genau, Kokosmakron. Kokosmakron, und für wen? Für mich, für dich und für meine beste Freundin, die heute Geburtstag hat. Ah, okay. Nato. Aha, alles Gute zum Geburtstag, Nato. Das ist der Beweis für dich, Nato, dass sie selbst gebacken hat. Ja! Sieht ihr, da ist der eine Teig, das sind die Kokosmakronen. Und dann machen wir noch Cookies, Chocolat Cookies Extreme. Und dann machen wir auch einen Gipfel, aber die zeigen wir euch später. Der Teig muss erstmal ruhen. Und das wird hier unser erstes Projekt. Danach werden wir uns wiedersehen. Mhm, wie später. Das sind die Kokosmakronen. Und was machst du jetzt? Ich mache ein kleines Herzchen. Oh, Schoki, eine Schoki-Herz. Mhm. Sie sehen gut aus. Und hier. Super. Ich will die Hakenkreuz machen. Hast du die Hakenkreuz? Ich schätze, du bist Latina, du darfst alles. Ja! Ein Perfektor. Juhu! Aber sag bitte, dass du kein Nazi bist. Nicht. Oh, okay. Ich bin keine Marzi. Mahzi. Aha. Mahzi, Nazi. Nazi-Pan, Mahzi-Pan. Schatz! Na, es hat explodiert. Was soll ich einladen? Was soll ich einladen? Was soll ich einladen? Ich bin nehm. Ich bin nehm. Du spät. Zwei! Steh schon los.